Ja. Ähm, ja. Ja. Alter, leck mich. So, Freundchen. Hier geht's nach unten. Nein. Hä? Wow. Unerwartet viel kaputt gemacht. Wow. Boah. Wir haben alles kaputt gemacht. Wow. Noch ein Speicherraum. Hä? Was ist denn hier los? Wo bin ich? Gut, speichern abgeschlossen. Jetzt komm ich in den Raum, wo ich schon mal war. Aber, aha. Gut. Okay, okay. Hm. 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 Einfach weiter. Und jetzt geh ich aber zu dem Datenraum. Richtig, richtig. Bahaha. Er ist durch die Tür durchgeflogen. Ist ja blöd. Bahaha. Okay, hier hoch, hier hoch. Und jetzt hier lang. Richtig. Ähm, ja. Also, Leute, wie gesagt, hunderte Abonnenten ist irgendwann bald. Ich kann ja nicht mal sagen, wann. Ja. Und wir kriegen... Was kriegen wir überhaupt? Ich hab's vergessen. Eismissile. Stimmt. Ähm, pfff. Erlauben dein Einfrieren von Gegnern. Dankeschön. Tschüss. Also, so toll findet ihr jetzt nicht. Weil Einfrieren ist immer so eine Kacke. Ja. Ja, ich mag Einfrieren nicht. Echt. Ähm. Ähm. Äh, wie gesagt, hundertste Abonnenten. Ich kann... Äh. Oh, nein. Ich kann nicht sagen, wann diese hundert Abonnenten erreicht sein werden. Ja, war klar. Toll. Ich hasse Eismissile. Ähm. Äh. Aber ich liebe dich. Nein, ich hasse dich. Warum? Du verarschst mich. Mano. Äh, hallo. Hallo. Gut. Arsch. Aber hier irgendwo ist einer. Oder? Ich hoffe es. Jep. Und. Und. Bitte. Bitte. Ja. Energie. Dank. Oh, wie schön. Ich hab acht. Ich hab acht. 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 Schön. Ähm. Ich kann nicht sagen, wann diese hundert Abonnenten erreicht sein werden. Aber ich möchte es irgendwie zelebrieren. Also auch... Ja, für mich. Weil ich find's schön. Hundert Abonnenten ist... Hätte ich, glaube ich, nicht mit gerechnet. Okay. Okay. Hätte ich nicht mit gerechnet. Äh. Und vor allem nicht in der Zeit, Leute. Äh. Weil ich bin jetzt... Wie lange? Erstmal gerade mal da. Äh. Äh. Irgendjemand hat vielleicht aufgepasst, wie lange der Funk-Royal hier schon mitmacht. Ich nicht wirklich. Äh. Zwei Wochen, glaube ich, erst. Richtig. Ja. Oder drei? Schon drei? Ach, ich weiß es nicht. Äh. Ah. Na, aber das ist... Ne, das ist scheiße. Och, mano. Gut. Leck mich. Wir finden mal Geheimnisse und kommen nicht weiter. Man, no. Jetzt sind wir wieder hier. Ist das alles Schwachsinn? Ach, ne. Da. Über mir. Richtig. Moment. Aha. Also noch über mir. Äh. Über mir? Gut. Richtig. So. Ah. Ist es hier gewesen? Yo. Es war hier. Yo. Da ist mein Yo wieder. Mein Berliner Cool-Slang kommt raus. Yo. Yo, yo. Yo, 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 yo. So. Und jetzt machen... Komm, 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 komm. Richtig. Äh. So. Und so. Und jetzt. Und mit Hyper-Power-Boots. Wie... Ich möchte kein Wort hören. Ach, shit. Ach, shit. Ich möchte kein Wort hören, Leute. Wirklich. So. Und... Und... Moment, wo ist die Taste da? Und mit Hyper-Power-Boots-Speed-Übergeschwindigkeit-Champion! Und... Nnum, 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 nnum. Gut. Schön. Scheiße. Warum hat er... Mein Yo. Mein Yo. Ich kann das eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. Ai, 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 ai. Warte mal. Warum... Ach, egal. Hä? Aber hier war ich doch auch schon. Was soll denn das? Was für ein Kack? Ah, jetzt müssen wir nach oben und dann da hin. Okay. Hoffe ich. Leute, könnt ihr mir weiterhelfen? Ruft mich an! Meine Telefonnummer ist... Äh... Egal. Ja. So kann man es auch sagen. Meine Telefonnummer ist... Ähm... Egal. Ähm... 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 Äh... Äh? Ach, ja, stimmt. Hier durch... Genau, genau. Hier durch hoch... Da hin... Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So. So. Ah, Mann, fliegende Wichser. Ich glaube, ich habe sie wirklich nur fliegende Wichser genannt. Ja, der Name ergibt auch am meisten Sinn, weil es sind fliegende Wichser. So, jetzt kommen wir hier aber weiter. Ähm... Weil mit Eis gehst du jetzt kaputt, oder? Würde ja auch total viel Sinn ergeben, dass ihr mir genau die Waffe gebt, mit der ich jetzt den Gegner hier kap... Hallo? Okay, kann man vielleicht so aufladen und dann... Hm... Bomben? Nein. Scheiße! Warum komme ich da noch nicht durch? Ruft mich an. Mein Telefon ist immer noch scheißegal. Egal. Mano! Ach, ich möchte heute nicht arbeiten gehen. Ich habe gerade keinen Bock, ich möchte dieses Spiel weiterspielen. Kacke! Äh, ich bin... Samus, ich bin süchtig nach Samus. Samus, hörst du mich? Ich liebe dich! Wie ganze Welt... Was? War das? Oh Gott! Oh Gott! Was ist das? Warum kommt es mehrmals? Ach, du Dreck! Moment! Der Fladen da... Ja? Hm, schade. Okay. Oh Gott, ich bin... Oh, ich hasse solche Momente. Oh... Hä? Hä? Gut. Total viel Sinn. Ja, jetzt aber. Gut. Hm, schade. Ähm... Ne, mal gucken, ob es hier noch was gibt. Hä? Hä? Waren wir drauf? Hä? Hä? Der Ziel? Hä? Hä? So ein Scheiß. Aber was war das? Da hinten ist doch was... Oh, deswegen hasse ich... Eis. Echt, Leute. Man, Eis ist... Zum Kotzen. Ah, oder doch auch nicht. Vielleicht ist Eis doch ganz gut. Ähm. Okay, hier geht's weiter. Möchte ich erstmal... Hm, ich möchte erstmal weiter. Ja. Äh, und hier gibt's... Äh, wer bist du? Ist mir egal, wer du bist. Du bist tot. Totes Krabbenfleisch. Und kleine Angela Merkels am Boden. Ja, 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 ja. Da, 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 da. Moment. 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 Nein. Äh. Verdammt. Aber das müsste eigentlich heißen, dass ich hoffentlich hier bald meine schönen Powerbomben bekomme. Nur jetzt halt noch nicht, ne? Ist ja klar. Warum auch? Also, ich meine, warum... Höh. Höh. What? Emergency in Sector 3. Ach, du Dreck. Ach, du Dreck. Was ist geschehen? Oh, Kacke. Emergency in Sector 3. Emergency in Sector 3. Äh, hört die Frau auch mal auf zu labern? Nur mal so. Emergency in Sector 3. Äh, jetzt mal im Ernst. Hört die mal auf? Ach, ja, wir labern doch lieber mal mit Adam. Richtig. Notfall in Sector 3. Pyro. Der gesamte Bereich steht unmittelbar vor der Schmelze. Das Kühlsystem des zentralen Heizsystems muss defekt sein. Der Defekt droht den Selbstzerstörungsmechanismus auszulösen und somit die gesamte Station zu zerstören. Häh, was? Uns bleiben noch circa sechs Minuten. Ihr verarscht mich. Bitte, ihr verarscht mich. Laufen Sie zu Sector 3 und suchen Sie den Kontrollraum auf, der neben dem Heizungsraum zu finden ist. Die meisten Systeme im Pyro sind bereits außer Betrieb. Doch wir wissen, wer auch dieses Mal verantwortlich ist. Das SAX wird sich Zugang zur Steuerungsdatei des Systems verschafft haben. Dieses Maß an Intelligenz ist beachtlich. Es überschreitet das ihrige Samus bei Weitem. Sind die Anweisungen klar? Ich habe keine Anweisungen erhalten. Mir egal, ich mache alles platt, was sich in mir in den Weg stellt, oder? Ihnen bleibt nur wenig Zeit. Danke. Laufen Sie zum Kontrollraum in Sector 3. Sechs Minuten. Oh. Oh. Oh mein Gott. Das ist nicht mehr lustig, Leute. Alter. Oh mein Gott. Sechs Minuten nur. Ist das übel. Okay, Sector 3 ist gleich hier. Das ist ja das... Oh, die machen mich zum Ball. Ah! Alter. Gut, 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 gut. Oh, scheiße. Sector 3. Okay, wir speichern ab und dann lade ich das erstmal hoch, was ich jetzt bisher fabriziert habe, und spiele gleich weiter. Ach, hallo, Adam. Besprechung wiederholen. Nein. Ihnen bleibt nur wenig Zeit. Laufen Sie zum Kontrollraum. Okay. Oh. Ich muss nicht mit Adam sprechen. Ja, danke. Speich... Ich kann nicht speichern. Nein. Gut, ich mache es alles am Stück jetzt. Ich mache es jetzt alles am Stück. Ist mir egal. Ich kann es nicht hochladen. Okay, 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 okay. Alter, Aero Acrobat. Wo lang überhaupt? Ich muss noch unten dahin, und deswegen muss ich ganz nach unten, dann nach rechts, oben, dann dahin. Wie komme ich da hin? Äh, ich habe den Weg vergessen. Scheiße auf mich. Okay, die Frau hat zum Glück aufgehört zu labern, was ich ihr sehr danke gerade. Wirklich, ist eine nette Frau. Äh, so gehört sich das auch manchmal. Es ist mir egal, Schlange, Alter. Es ist mir egal, Schlange, Alter. Schlange, Alter. Haust du ab und hier runter, 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 runter. Und weiter geht's. Ich brauche meinen... So, und jetzt mit Anlauf und Karacho und Boomchack und... Und einfach hier runter.